Und hiervon auch noch mal was. So. Ich hab gehört, wir leiten die schweren Sprengungen ein. Nein, das möchtest du nicht. Sicher? Aha. Ganz sicher? Aha, aha. Ich bin mir da nicht so sicher. Aha. Nee, also wirklich nicht. Ach, dann brauch ich natürlich noch ein Feuer zurück. Oh. Hat jemand mal einen Flint? Ah, da. Danke, ich hab schon. Danke, Truhe. Nett von dir. Wenigstens einer, der hier nett ist. Danke, Truhe. Oh, 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 oh. Kann auch wieder gehen. 66 TNT sollte erstmal reichen, oder? Wer hat den Eisen? Ich hab noch etwas, wenn derjenige in der Nähe ist. Index, hier ist in den Öfen, die noch laufen. Da läuft grad Eisenerz durch. Ah, okay. Nee, hier in der Ecke. Neben den vollen Kisten sind ein paar versteckt. Ah. So, da macht man ein paar schmale Gänge, damit man da TNT platzieren können. Also einmal zwei Gänge, damit wir da ein bisschen mehr Zeug wegspringen können, vielleicht. Sprengungsschächte. Wo wollt ihr denn sprengen? Da überall, wo das Zeug weg muss. So überall. Theoretisch, ja. Nicht, dass der mir da grad unterm Hintern was wegsprengt. Nee, wenn, dann sag ich vor Bescheid. Also wenn, dann zünden wir alles auf einmal. Weiß gar nicht. Ich glaub, die Dinger mussten drei Blöcke maximal Abstand voreinander haben, damit sie einen noch aktivieren. Irgendwie so weit war das. Sag Bescheid, wenn ich da irgendwo was sprengen darf. Eine riesige Kettenreaktion. Dreh dich um. Dreh zu mir. Siehst du mich? Nö. Oben, oben, oben. Andere Seite links. Äh. Rechts, rechts. Hinter der Säule. Das andere links. Hinter der, hinter der Säule. Ja, ja, näher, 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 näher. Nee, ich seh dich nicht. Geh um. Gut, okay. Ja, nein. Gibt's auch schnell auf. Gut, dann fang ich hier schon mal an mit der Sprengung. Bitte räumen Sie das Gebiet. Äh, einen Moment. Ich habe keinen Moment. Doch Gold, da ist doch Gold. Gold. Das ist wichtig. Gold ist ganz wichtig. Ja, ja. Autsch. Okay, kannst sprengen, wenn du magst. Okay. Sprengung. Kommt. Verdammt, ich habe mich selbst angezogen. Mit Feuer spielt man nicht. Yay. Explosionen. Das freut das Mammut. Yay. Ich bin so weit weg, dass ich das gar nicht höre. Ja, heute habe ich sie. Ich war ja da gleichzeitig. Ich höre das auch nicht. Ich hoffe es. Es war auch viel zu wenig. Aber für vier TNT haben wir schon mal viel weggemacht. Kommt, dann gehen wir mal... Eine sechste TNT. Genau. Machen wir mal den anderen da einen Schreck. Ja, ich glaube. Ich bin hier nur zur Deko. Tü, 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 tü. Hallo. Boi. Okay. Ich bin hier nur zur Deko. Kommt jetzt hier gleich die nächste Sprengung. Joa. War mir hier so querbeet durch. Mach der Kartengang frei. Wo bist du? Da, die Leiter da runter. Leiter? Hier gibt es eine Leiter. Äh, die Treppe da. Die Treppe hier. Runter, ja? Ach, hier ist das das TNT hier. Ah, okay. Au. Das würde ich jetzt auch sagen. Oh, die Sonne geht auf. Oh, und sie lacht. Lachende Sonnen sind die schlimmsten. Außer es sind die aus Super Mario Bros. 3. Die gucken auch grimmig. Ah. Aber wegmachen. Vorteilhafter. Weiße. Geht aber weit nach unten. Ja, danke. Bitte. Der Kies. Oh, da ist Wasser. Da, da, da. Komm, komm, komm. Oh, Wasser ist weg. Ja, Wasser hemmt nur die Sprengung. Wasser böse. Wasser fuhi. Eckehaft. Nichts für Gamer. Ah, legt das schon die TNT-Line aus, ja? Ne, da lecke ich das TNT nicht aus. Nein, ich lege es. Boah, auch hier noch lang. In dem Feld. Ja, oh go. Immer noch nicht fertig. Ich bin ein richtiger Sklaventreiber, ne? Ja. Du bist schon professionell. Professioneller Sklaventreiber. Schon immer mein Traumjob. Was machst du da? Was machst du da? Das TNT wird nass. Ich bin das nicht. Das ist das Wasser. Der Wasser. Das Wasser. Der Wasser. Der Wasser. Die Wasser. Ja, jetzt auch nochmal für die weiblichen Zutauern. Das Wasser. Der hat Gleichberechtigung und so, ne? Ja. Ganz wichtig. So, jetzt muss ich irgendwie hier schnell raus. Schnell ist ein guter Begriff dafür. Gold. Ich hoffe, der Wasser auch gleich. Ich hoffe, der Wasser auch gleich. Das bin ich. Ja, Achtung. Hier wird gleich gesprengt. Das haltet ihr schon aus. Okay. Gleich alle gestorben. Hey, das treibt mein Killcounter in die Höhe. Das stimmt. So, Sprengung ist gezündet. Explosionen. Ja, ich hör's auch. Ich hör hier nicht. Fehlzündung, 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 Blindgänger. Nachzünden. Nachgezündet. Wo war das denn jetzt? Das war aber immer noch nicht alles. Unten, da. Ja, da wurde Schutz. Oh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich lauf da rein. Ich hab das TNT teilweise zueinander, äh, zu weit voneinander aufgebaut. Mhm. Man muss ja auch mal das TNT hier nutzen, ne? Oh, da unten blubbert Lava. Okay. Also, Vorsicht, da vorne. Brinkt ihr eigentlich unten oder oben? Unten. Unten. Damit ihr schön von oben runterfällt. Nein, das mach ich nur, um euch zu ärgern. Weil ich das nicht höre unter mir. Es gab hier sowieso nicht genug Löcher, weißt du. Weißt du, was das Witzige ist? Ich glaub, du könntest sogar mit deinem brennenden Pfeil das TNT anzünden. Stimmt, das geht auch. Uh. Ganz krass, ich jetzt. Platziere mal ein bisschen wat und ich ziel drauf. Kaufen sie jetzt. Brennende Pfeile, die TNT anzünden, ne? Ja, du kannst doch ohne, äh, Flame, äh, Brennende Pfeile kriegen. Ja, mit, mit. Einfach nur durchs Schlafer schießen. Aber krieg das erstmal hin. Finde Lava, schieße durch. Ich hab übrigens schon 28 Pfeile. Ich hab eigentlich mit vier Pfeilen hier gestartet. Wo kommen die alle her? Alle von deinem Opfern. Das ist eine Pfeil, äh, Produktionsmaschine denn? Ich mein, wenn ich vier Pfeile hab und hab halt mit Unendlichkeit aufrecht geschossen, das heißt, ihr sammelt dann die Pfeile ein. Nein. Pfeile bleiben unauf, äh, aufsammelbar. Und wo kommen dann die ganzen Pfeile her? Lagerhaus, äh, Pust. Tot, Leute. Aha! Der Waffenschmuggler! Einmal mit Profis arbeiten. Das ist echt ein undankbares Gelände hier, das abzubauen. Weil das schon alles so zerpflückt ist. Was? Machst du noch mehr Spaß? Könntest du auch nur mit Holz, äh, dir deine Wege bauen, dann kannst du es uns später anzünden. Dann geht alles nach und nach weg. Ich fahr's nicht. Yay! Oh, das krieg er mal ein. Das ging ja ein bisschen daneben. Ah! Hui! Super. Jetzt darf ich meine Säule wieder aufbauen. Ach, da vorne. Verdammt. Hast du gut ums Kloge gemacht? Wie ein Mammut. Ja. Nein! Verdammt. Hahaha, okay. TNT-Skill unter drei. Hey, Ruhe da hinten. Ja, du bist heute schon gestorben. Aber nicht durch TNT. Ich bin auch nicht durch TNT gestorben. Nur meine Säule ein bisschen. Deine Säule ist gestorben. Nein, nicht Säule. Es war so ein Lieb. Die war doch so jung. Noch so unschuldig. Nein, das nicht. Also, es war nicht mehr jungfräulich. Ich bin da schon reingefallen. Das ist... Da hast du dich ja schon bestiegen. Ja, kann man sagen. Ja. ... ... Okay.